Herzlich willkommen bei Amnesty Aktuell, der monatlichen Radioshow der Freiburger Amnesty Hochschulgruppe. Mein Name ist Fabian und ich sitze hier im Studio mit Anna und Juliane. Am 8. November war es endlich soweit, und zwar hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe quasi den Gesetzesentwurf oder den Gesetzesvorschlag gebracht, dass im Geburtenregister nun ein drittes Geschlecht eingetragen werden darf. Demnach müssen sich Menschen nun nicht mehr gegen ihr eigenes Empfinden oder auch Sein für die Kategorien männlich oder weiblich entscheiden, sondern können sich für ein drittes Geschlecht entscheiden. Das ist noch nicht genau definiert, aber denkbar sind etwa die Kategorien inter- oder divers oder generell auch eine Auslastung einer konkreten Geschlechtsangabe, also dass man sich beispielsweise gar nicht mehr bei so etwas für ein Geschlecht entscheiden muss. Amnesty International setzt sich schon lange oder zumindest schon seit einiger Zeit und zwar vehement für die Rechte von Intersexuellen ein. Beispielsweise kritisiert Amnesty irreversible frühkindliche operative Eingriffe an Intersex-Kindern. Denn Amnesty macht ganz deutlich klar, dass Intersexualität eben keine Krankheit und kein medizinischer Notfall sei, der irgendwelcher chirurgischen Eingriffe bedarf. So gesehen hat Amnesty auch Deutschland und Dänemark bereits kritisiert für die Genitalverstümmelung an Intersex-Kindern. Mit der Forderung des BVS, die für die Gesetzgeber übrigens bindend sein wird, ist auch endlich ein Schritt weg von dieser Pathologisierung zu einer Normalität von intersexuellen Menschen getan. Unsere aktuelle Sendung ist also zu diesem Anlass da und möchte sich tiefer mit diesem Thema befassen und auch unterschiedliche Facetten herausarbeiten. In Berichten und Interviews möchten wir uns um den Intersex-Begriff kümmern, den rechtlichen Hintergründe des Beschlusses, den Folgen für die Intersex-Menschen, aber auch die Lage in einem anderen Land. Das wird ein sehr buntes Programm und ich denke mal, ihr dürft alle sehr gespannt sein. Und wie immer vorab auch eine Info für alle, die gerne mitmachen möchten. Die Neulinge begrüßen wir jeden Monat und jetzt auch wieder morgen zum Einsteigertreff um 19 Uhr im Büro in der Baslerstraße 20.